Willkommen zurück zu Mega Man! Mega Man, 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 So! Wir waren bei diesem fetten Kolumsi Bumsi und ich versuch mal was anderes. Kann man hier denn rauf? Nein, auch nicht. Ach doch, kann man doch! Hä? Ah! Ey, bleib hier, du... Jetzt komm schon! Nein! Nein! Ja! Okay, den Ding hätten wir down! Mensch! Guck mal, es packt dann immer so lustig, wenn ich den Boss getötet habe. Oder auch einen Boss. Bam, 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 bam! So! W-W-W-W-Wiley! Ich nenne immer Willi. Dr. Willi! Vorletzte Stage, bevor Wiley kommt. Unser Piss-Boss hier. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch auf 100% erstmal spielen und ich lade erstmal das da alles auf. Das ist, glaube ich, wichtig, hier mal alles aufzuladen. Brauche ich nicht, ja, bald. Ich will den Kettensigeln... Okay, nix falsch machen mit, hoffe ich. Wiley, 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 Krieg gleich auf die Fressi! Oh mein Gott, was ist das? Oh, falsch, schau ich doch. Ah! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Es ist mein lustiges... Das ist ja wieder. Die Eins lagen mir auch mal ein bisschen auf. Man weiß ja nie, man weiß ja nie, das ist besser. Weil, man braucht es ja, um mal rüberzukommen manchmal und so und... Bam! Was noch? Nix fein gelassen. Ich springe hier mal runter. Hä? Ich springe hier mal runter. Ah, ja. Gut, haha. Mutant live bekommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Klettern wir hier mal hoch. Vielleicht, wir gucken mal, was da oben gleich so uns wartet. Gar nix? Ha. Das ist doch scheiße! Hahaha. Mann, man weiß ja nie, wann, wann, was ist und so. Weil, man sieht ja nix. Man weiß ja nicht, ob man da ja auch irgendwo runterfällt oder nicht. Bab, 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 man! Nein! Fick dich doch, du scheiß Spiel! Wer hat das erfunden? Ich verprügel den! Der rät Ohrfeige! Bab, bab, bab. Ah, und? Scheiße! Jetzt weiß ich, glaube ich. Warum merke ich mir das denn nicht? Ich bin so dumm, mir das nicht. Moment. Jetzt nochmal. Das verheile das auch. Das geht. Das ging. Ach, das geht gar nicht. Warte. Aufs Zweite. Und aufs Zweite. Warte. Das ging Gott sei denn ohne Witz gerade. Warum verarschen die mich jetzt gerade das Spiel? Warum verarscht das Spiel mich? Sag mir das! Also, das ging. Das ging. Nein, das ging nicht. Das erste ging. So, bis zum Strich da. Dann springen. Okay, ging es weiter. Und dann erst springen. Und dann. Ja, so ging es. Ah, und ich merke mir sowas nicht. Natürlich nicht. Ich ahne Üblis hier an dieser Stelle. Warum sollten da sonst Stacheln sein? Ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Ich bin natürlich wieder ganz unten. Ohne Witz, das ist das nur für einen Scheiß. Wir machen mal eben den Deckel auf da. So. Eins war Huni, glaube ich. Oder was? Zwei. Ähm. Bäm, 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 bäm. Ich will ja mal gucken ob... Nein! Das ist so ein Dreck hier. Ohne Witz. Nix. Scheiße. Und wieder hoch. Jetzt mache ich es gleich anders da oben. Ich mache es leichter. Kein Bock darauf. Obwohl hier weiß ich das ja. Da oben, bei dem anderen meint das ja. Wie war das? Das erste war das. Genau. Zum Strich. Springen. Weiter, weiter, weiter. Springen. Ruhe. Da oben jetzt. Bei den Sternen habe ich keine Ahnung. Ja. Und deswegen mache ich jetzt was ganz anderes. Ich nehme einfach diesen verfickten Köter. Den hier. Scheiße. Geh mal aus dem Bild. Danke. Zwei war das. Hä. Siehste. Ey. Warum soll ich die bitte töten? Bam 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 bam. Das war das zweite. Oh man. Nanananananananananananananan das zweite. Ich will doch nur hoch. Oh yeah. Eins. So. So geht's auch. Hoppsalui hab den E-Tang. Bam 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 bam. Heißt der Hand. Lalalalalalalalalalala. Spring, 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 spring. Sprung. Und runter. Warum nehme ich jetzt eigentlich nichts anderes? Weil. Ich ahne böse ist. Großblatt. Ach ne. Ich nehme einfach M. Wie logisch war das jetzt? Warum fällt der da einfach runter? Egal. Verstehe ich nicht. Ist doch scheiße. So. Da hätten wir es drauf geschafft. Die vorletzte Stage von Willi ist doch zu umkotzen. Zu umkotzen. Nanananananana. Abkürzung genommen. Bäm. What the fuck? Mann das ist doch scheiße. Diese Stage. Jetzt bin ich auch noch. Game over. Scheiße. Wenigstens habe ich jetzt alles wieder voll. So. Jetzt wasche ich hier eben schnell durch, ne? Wisst ihr ja. Hust, hust. Das live hole ich mir da immer noch. Möhm mal bitte hinne hier. Schnell. Da brauchst du lange, um die Treppen hochzuklettern. Ey. Verpiss dich mal. Ich will das live haben. Zwei, zuzuzuzuzuzuzuz. Eins war's. Danke. Haben wir. Und wieder hoch. Bam. Bam. So. Hier weiß ich auch noch, wann wo was ist. Das ist gut. Springen, laufen, 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 springen und oben. Und gleich nicht für den, äh, äh, Hund sag ich immer. Es war mal ein Hund. Also bei den anderen Teilen ist es ein Hund. Hier ist es einfach nur eine Rakete. Es ist überall eigentlich ein Hund. Springhunden. Surfhund, Hund, 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 Hund. Ich falle. Und wieder um. Bam, 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 bam. Mach ich ja scheiß auf eating. Hab ich doch noch welche, oder? Nein. Egal. Werden wir trotzdem weiter. So Jetzt kommen diese bösen Drehdinger hier Moment mal So, jetzt machen wir den mal kaputt Egal Das war wieder Godlike gemacht Das ist natürlich an dieser Stelle genau das Ding zum Aufheben Jetzt haben die Mega-Main-Macher extra so eingestellt, müsst ihr wissen, dass ich dann da faade Ähm Die sind scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Warte, Bällchen, Warte, Bällchen Ach egal, ich renne jetzt da wieder rum Finde ich immer noch am leuchtesten Boop, heh 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 So, Achtung, jetzt muss ich mich hier voll konzentrieren Wop, da, da, ba, und springen Und ich bin drüben Yei Ich muss sagen, diese Stage ist wirklich assi gemacht Ähm, ja Das Drehding kommt immer näher. Wow, 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 wow. Ja, tötet mich. Ja. Oh, gedüsst. Ich bin gerade so aufgespannt, aufgespannt. Und danke. Yay. Ähm, ja. Mache ich es einfach so und warte, bis das Ding weg ist, sonst fliege ich dann noch gegen. Und das wollen wir ja nicht, oder? Bam. Und danke. Das war doch leicht so. Ah, wieder die scheiß Viecher. Ketten-Singen-Massaker. Au, hilft gar nicht. Egal. Ey, zeig dich. Lebe an. Es sind zwölf Minuten um und wir sind gleich hoffentlich bei dem, aua, bei einem Boss. Ja, Boss. Geht tot. So. Wünscht mir Glück. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.